Hallo ihr Lupusse und herzlich willkommen zum sechsten Part von Let's Play Pokémon mit Puffy. Genau. Wie kommst du jetzt auf Lupusse? Weil es lateinisch verwollt ist. Ich hab mit einem Mondstein, mein Pipi-Klein. Ja, bei mir ist nicht viel passiert. War ich schon bei der ersten Leiter und ich glaube, auf jeden Fall mache ich den nächsten Trainer. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erst mal vorgezählt. Ich hab nämlich nur noch eine Blut. Ich hab noch genug. Ich hab keine Aquaklare mehr, aber ich kann damit nichts machen. Und dann haben wir jetzt geschlossen, um zum Kampf aus dem neunten Part zu machen. Ja, weil bei Tim ist es ja so, dass er sein Pipi nicht kontrollieren kann, bevor er die zweite Arena geschafft hat, weil er das von mir hat. Ja, und deswegen wäre es jetzt ziemlich unfair, wenn ich nur mit einem Glutexo gegen das Fall kämpfen würde, mit einem Shilok und einem Stein. Ja, welches Level ist dein Glutexo jetzt? Will ich es wirklich wissen? Ja. Welches Level ist dein Ding? Erst sagst du? 25. Meint ich 24. Aber du hast ein bisschen vorgemacht, weil du hast ja auf dem Mondstein schon. Ja, aber ich muss nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erst noch runter muss, aber ich muss erst mal ins Pokémon Center kommen, ohne dass die ganze Zeit angegriffen wird. Ein Kleinstein. Hoffentlich. Hast du auf Ruhe geguckt? Oh, nee, aber ich... Ich... Wir machen dann so um... Zwei... Ne, um 3, 20 machen wir fertig, okay? 21. Ja. Sicher? Ja. Ja. Wir hängen nicht... Ich denke nicht, dass wir mehr als zwei Minuten schon haben. Ja, okay, aber das ist halt ging, ähm... Das ist halt wieder länger als 3 Minuten dauert der so lang. Nein, da geht es nicht. Ja, da geht es ein bisschen länger, aber... Doch, ich muss jetzt gucken, weil Krimi... Ne, da antworte ich nicht. So, jetzt haben wir den Wanderer gebankt. Den Markus. Den Markus. Kennt ihr das, wenn... Kennt ihr das, wenn ihr auf WhatsApp-Antworten erwartet und von gewissen Leuten? Ich soll keinen Namen nennen. Ähm, und dann kriegst du Antworten oder dann kriegst du Nachrichten von Bio-Wanden. Also von Mädchen, von denen du wirklich keine Nachrichten willst. Ja. Wie komm ich jetzt da drauf? Schreibt es in die Kommentare! Weil ich gerade eine bekommen habe von jemanden, den ich wirklich nicht mehr will. Aha. Ähm, ja. Irgendwas wollte ich in der Folge noch schauen. Ah! Ähm... Ne, das war's nicht. Egal jetzt. Egal. Aber... Fällt mir was ein, was wir nachher auch noch bringen müssen, gell? Den 17. Ach so, ja, ja. Da muss ich mich auch schon noch irgendwie gießen. Naja. Bluffer Zubat fliege ich jetzt nur noch. Ich war die erste leider auch schon. Ne, du musst jetzt noch machen... Du musst jetzt noch machen vom Moonbird? Äh, keine Ahnung. Ich bin jetzt gleich in der nächsten Etage. Ich schuhe jetzt gleich dritte Leiter runter. Ja. Aber ich bin jetzt schon... Ich bin jetzt gerade in dem Raum, da wo ich immer so viel Paras gibt. Ich dritte Leiter schon runter oder was? Ja. Was? Der und Erzmi. So, jetzt bin ich in der komische Ebene. Ey, da ohne das Seeker gewesen. Was? Der ohne war das Seeker. Ja, ich bin auch in der erste Leiter ohne, weil ich bin... Ein... Beleber! Ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, ob ich diesen Rock grüppelt schon geohnt habe. Aber ich glaube, ich habe schon, oder? Habe ich? Keine Ahnung. Ja, ich habe es. Aber es war also unnötig. Ich hoffe, ich packe in dem Part noch der Brot und Berg. Müsste gehen. Aber ich habe mir auch diese blöden Parase. Paraspringer war eigentlich, finde ich, finde ich relativ viele Ep. Ja, aber langsam. 120 von dem Level 12. Ja, ich bin hier gerade bei Level 7. Geben eigentlich 10 Ep pro Level. Also, wenn sie will... Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt meinem Shilok einen Paraheiler gegeben. Uh, Paraheiler. Parasheiler. Da ging es. Wie? 17? Ja, okay. Ne, der darf jetzt doch nicht bringen. Ja, klaro. Alles klaro. Wunderbaro. Wunderbaro. Wie ich gerade das gleiche gesagt habe, gell? Ehrlich? Ja. So. Schreibt in die Kommentare, ob ich das gleiche gesagt habe. Oder hat man das gehört? Und ich habe nichts gehört. Du hast doch selbst was gesagt. Ja. Wie dein Rocketryperl mit einem Radfahrt. Wenn es geht, guckt das vorherige Video nicht an, denn ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich habe eine sehr, sehr komische Stimme am Anfang. Das heißt, dem ist ein Ankopier. Eigentlich müsste ich ja noch wütend auf Pascal sein, denn heute habe ich in Theologie wegen ihm ein Klassenbuch-Eintrag bekommen. Bei unserer Biolehrerin. Die aussieht wie ein Marshmallow. Die wir beide sehr schätzen. Und ja, die sieht echt aus wie ein Marshmallow. Ja, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin jetzt schon fast bei dem Fossiltypi. Ich habe jetzt gerade Beleber gefunden. Ach so, denn ich habe deinen Rock gedrübelt gemacht und jetzt laufe ich gerade außer rum. Ich habe immer schon die Zubats besiegen, damit du mich einholer kannst. Ja, ich besiege die Zubats gerade auch. Aber nur mit Kratzer. Ich mache das mit Biss. Ist jetzt halt schon eine Attacke nicht bissig. Also das ist eine Aussage. Wo ich den von diesem Rocketruppel. Also ich mache die hier gerade alle One-Hit. Ah ja. Ah, Aratata auf 13. So hat der nächste Rocketruppel. Ich glaube, den Mondback schaffe ich noch in dem Part. Was ist dann? Ähm. Welches Fossil nimmt? Mir ist egal, ich nehme eh keins. Mir ist auch egal. Mach mal, ich rechts und du links. Ich weiß nicht welche welche sind, ok? Ja. Du weißt zwei aber. Ne, weiß ich nicht. Dann nehme ich halt links und du rechts. So oft wie du das Spiel durchgespielt hast. Ne, ich weiß aber wirklich nicht. Das ist was ich mir nie merken kann. Sag einfach ob du rechts oder links willst. Ich nehme links. Ok, dann nehme ich rechts. Ein Paras auf 10. Das sollte 100 EXP geben. So, und jetzt bin ich bei diesem komischen Professor. Der uns davon abhalten will, ein Fossil zu nehmen. 100 EXP. Freilich. Aber jetzt kommt Pascal und wende gegen diesen Professor Trick 17 an. Ne, Trick 17 ist schon was Herderes. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich do know what I mean. Voltoball. Voltoball. Ähm, da ist jetzt dieser eine Rocketrübel noch. Wie die Rocket irgendwas mit Fassilien. So, und was kommt das letztes Pokémon? Ein Smogon. Oh, Smogon gehen wir eigentlich auch ganz gut. Ja, wir sind Smogon geil. Oh, ich freue mich schon auf das Fahrradboden. Das werden EXP. Oh, ja. Ja, wir haben ihn letztes Mal für meinen CP, ja. EXP natürlich. Ja. So, und da habe ich ihn besiegt. Wie findet ihr das? Der uns ein Fossil nehmen hat sich neben rechts. Er hat noch mit dem Helix Fossil. Wie findet ihr jetzt, dass das Pokémon Zubart auf dem Bild keine Augen hat? Schreibt in die Kommentare. Und dieser Professor. Hey, stopp. Und Gegengift. Was war deins? Helix Fossil. So. Dann habe ich. Dom Fossil. Was hat der Propf? Oh, eh. Prima. Also zweimal. Das hat er bei mir auch gehabt. Ach. Ist eigentlich mit Texo schon 26? Ja. Okay. Wie jetzt teins? Auch 26, mein Schildoch. Grad geboren, oder? Ja. Jetzt guck mal, ob ich irgendeinem Pokémon von mir einen Megapunch beibringen kann. Ein Megaschlag oder ein Megahieb. Oh, beide. Krieg alles? Was ist? Krieg alles? Hier draußen noch so zwei Kampftyp ist. Erlernet das eine Pokémon. Was bringt Scary Face? Das Grimasse, das ist ein Scheißdreck. Und ich bringe beide, beides meinem Schildoch bei. Was? Welche Attacken beide? Megaschlag, Megahieb und Megakick. Okay. Mal gucken wie geht's nach. Und sie mal dabei. Wie, 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 wie. Nimm das linke. Und das ist das Dom Fossil. Ja. Und jetzt, nimmt der Prophet auch das andere. Nicht gut, du musst nicht so viel singen. Draußen? Ja. Ja. Oh, jetzt hab ich einen TM bekommen. Ich weiß nicht welches. Äh, ich glaube es war Roar. Oh, oder? Ja. Alter, wie weit wurde ich gerade nach dem, äh, so und jetzt kommen wir nach Azurias City. Und damit könnten wir es dann auch eigentlich beenden, dann jetzt. Was? Ja, ich geh noch kurz ins Vorgesender. Ja, mega. Ich esse doch, heißt der ein Typ. Was? Keine Ahnung. Ja. Ja, dann im nächsten Part werden wir hier einen epischen Kampf haben. Ja. Pascal. Ja. 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 Dann werde ich hier den Part beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020